So, heute schauen wir uns mal die Hopfweiße Spezial an. So, ich weiß im Moment nicht, welcher eine es ist. Ich denke, es ist die linke. Franziskaner hält seinen Schaum immer irgendwie am besten. Jetzt werde ich mal probieren. Ich beginne mit rechts. So köstlich, wie immer. Ich glaube, das ist Franziskaner. So, ich glaube, das ist ein Schaum, das ist ein Schaum, das ist ein Schaum. So, ich glaube, das ist ein Schaum. So, das ist ein Schaum, das ist ein Schaum. So, das ist ein Schaum. 65% ist sehr gut. Das ist wesentlich lieblicher als das Schaum. Und wenn es besser als das andere hat, dann musst du mehr geben. Ich denke, dann muss ich sogar 70 geben. Super Bier!